Hallo liebe Betze-Fans, unser Exklusivpartner Waskau, der verlost heute eine Kaffeemühle hier, eine hochwertige, aus dem Onlineshop Kaffee24.de. Ja, mein Freund Jay hat auch eine coole Jacke am Start. Ja und zwar habe ich eine FCK-Collegejacke hier an und hier liegt ein grauer FCK-Schal, der wird auch ebenfalls verlost und gibt es auch günstig im FCK-Fanshop zu ergattern. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Bis bald.